Unser Weltbild wird geprägt von unserem Verstand und der vierdimensionalen Raumzeit, in der wir leben. Was bedeutet es für uns, wenn es noch höhere Dimensionen geben würde, in die unsere Welt eingebettet ist? In diesem Video gehe ich diesem Thema, das ich schon häufiger angesprochen habe, umfassend danach und stelle die Erkenntnisse der modernen Physik und Alterüberlieferung gegenüber. Kapitel 1 Spirituelle Erfahrungen und religiöse Dogmen Seit tausenden von Jahren denkt die Menschheit über die Welt und ihre Rolle darin nach. Am Anfang wurden die wahrgenommenen Naturkräfte wie Blitz, Donner, Regen und Sturm Göttergestalten wie zum Beispiel Odin zugeordnet. Einzelne Menschen hatten dann spirituelle Erfahrungen über die Wirklichkeit durch Drogen oder Meditationstechniken gemacht und ein Gefühl für die Einheit des Ganzen bekommen. Viele Jahrtausende wurde dieses Wissen nur von Priesterediten, Schamanen oder Geheimgesellschaften wie den Rosenkreuzern oder Freimauern verwaltet und nur an ausgewählte Personen weitergegeben. Da die Menschen einen freien Willen besitzen und sich nicht wie Tiere artgerecht verhalten müssen, wurden aus den Vorstellungen von Gott und der Welt zusätzlich Regelwerke für ein ethisch sinnvolles Verhalten. Dabei wurde der Eindruck erweckt, diese Gesetze kämen direkt von Gott oder den Göttern. Die meisten Weltreligionen gehen nur auf eine Person zurück, die göttlich erleuchtet wurde und dieses Wissen an die Nachkommen weitergegeben hat. Christen, Juden und Muslime glauben beispielsweise daran, dass ihre religiöse Vorstellung ursprünglich von Abraham stammt, der etwa 2000 v. Chr. gelebt haben soll. Auch die vielen hinduistischen Strömungen gehen wahrscheinlich auf vedische Schriften und mündliche Überlieferungen aus dem 2. Jahrtausend v. Chr. zurück. Der Buddhismus wird hingegen auf Siddhartha Gautama zurückgeführt, der um 500 v. Chr. in Indien lebte. Trotz der sogenannten Aufklärung ab 1700 n. Chr. den Verstand und die Vernunft zum Maßstab des Wissens machen wollte, gehören heute noch etwa 6 Milliarden Menschen den 5 Weltreligionen an. Die Naturwissenschaften haben seitdem zwar unser Weltbild maßgeblich geprägt, aber die Frage nach dem Sinn und Zweck dieser Welt und des einzelnen Menschenlebens unbeantwortet gelassen. Spirituelle Weltsichten spielen deshalb heute sogar eine zunehmende sinnstiftende Rolle. Besonders Helena Petrovna Blavatsky hat mit ihren Veröffentlichungen viele Inhalte aller spirituellen Geheimlehren bekannt gemacht und damit nicht nur die Theosophie, sondern auch viele esoterische Strömungen ermöglicht. Ihr Ziel war eine Vereinigung von Wissenschaft, Religion, Philosophie und Esoterik. Leider sind die mehr als 3000 Seiten wenig strukturiert und teilweise auch noch schwer verständlich. Trotzdem haben diese Gedanken die spirituelle Gemeinschaft außerhalb der großen Kirchen bis heute inspiriert. Als ich vor rund einem Jahr diesen Kanal eröffnet habe, begann ich mit zwei Gedanken. Meine Wahrheit ist nicht deine Wahrheit. Und was wir von unserer Welt wahrnehmen, ist nicht die Wirklichkeit, sondern eine Illusion. Heute möchte ich diese Gedanken um das Thema Dimensionen vertiefen. Meine These ist, wir leben in einer multidimensionalen Welt, aber nehmen nur die Raumzeit wahr. Das erklärt meines Erachtens auch die Krise der Naturwissenschaften und unsere Unfähigkeit, das Ganze zu erkennen. Die Wirklichkeit erscheint uns mysteriös, weil wir das Wesen nicht von der Erscheinung unterscheiden können. Wir leben nämlich in einer Welt der Dualität bzw. Polarität, die wir durch unseren analytischen Verstand selbst erschaffen haben. Die Quantenphysik zeigt uns allerdings, wie die Wirklichkeit um uns herum tatsächlich aussieht. Heute wissen wir, dass unsere wahrgenommene und vermessene Welt eingebettet ist in das sogenannte Quantenvakuum, in dem es noch keine Polarisierung und keine Zeit gibt. Dieser Urgrund unserer Welt ist schwer vorstellbar. Dort gibt es noch keine Materie, sondern nur Wellenphänomene, die als virtuelle Schwingungen von potenzieller Energie beschrieben werden. Dort gibt es keine Bestimmtheiten, sondern nur Wahrscheinlichkeiten. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind noch eins. Unsere wahrgenommene Welt ist hingegen eine Welt der Materieteilchen und eine Welt, in der sich die Zeit nur in die Zukunft bewegt. Wir wissen heute, dass diese Welt aus dem Quantenvakuum entstanden ist und noch entsteht. In unseren Teilchenbeschleunigern konnten wir beobachten, dass Materie immer gleichzeitig mit Antimaterie entsteht und dass dadurch anscheinend auch die Zeit gebildet wird. Der Physiker Richard Feynman ging nämlich davon aus, dass sich die Antimaterie von der Materie nur dadurch unterscheidet, dass sie sich rückwärts in der Zeit bewegt. Da wir Raumzeitwesen sind, können wir diese mehrdimensionale Wirklichkeit nur sehr begrenzt wahrnehmen. Unser Verstand wirkt dabei wie ein Filter, der die nicht wahrnehmbaren Dimensionen so weit reduziert, dass wir davon ein Bild in unserer Raumzeitwelt bekommen. Statt der Wellenphänomene nehmen wir nur noch Teilchen wahr. Wir unterscheiden nicht mehr zwischen dem Wesen und der Erscheinung. Durch unsere Art des Vermessens und Bewertens sehen wir nicht mehr das Ganze, sondern nur noch Teile. Wir erkennen nicht, dass alles miteinander in Beziehung steht. Heute würde man sagen, dass alles miteinander verschränkt und vernetzt ist und Informationen austauscht. Da die Naturwissenschaften ihre Art zu denken und zu messen nicht grundsätzlich in Frage stellen wollen, befinden sie sich seit 20 Jahren in einer ernsten Verständniskrise. Obwohl uns die Quantenphysik viele technische Anwendungen beschert hat, ohne die wir nicht mehr leben wollen, haben wir unsere Vorstellung von der Welt bis heute nicht korrigiert. Die Teilchenphysik hat zwar erkannt, dass das Standardmodell die Wirklichkeit falsch darstellt, hält aber trotzdem an ihrem Teilchenmodell fest, weil sie für die Wellenphänomene noch kein passendes mathematisches Modell gefunden hat. Der theoretische Physiker Micho Kaku sprach mit Hinweis auf die verwendeten 36 Quarks, die mindestens 19 willkürlichen Naturkonstanten und die 8 Felder zur Beschreibung der Gluonen von einer, Zitat, plumpen und hässlichen Theorie. Zitat Ende. Auch die Astrophysik weiß, dass ihre Vorstellung vom Universum, dem Urknall und den schwarzen Löchern, fehlerhaft ist und erfindet deshalb die dunkle Energie und Materie. Das sind Namen für etwa 96% der kosmischen Vorgänge, die wir nicht verstehen. Aus diesem Dilemma kommen wir meines Erachtens nur heraus, wenn wir akzeptieren, dass unsere Welt mindestens sechs Dimensionen nutzt. Kapitel 3. Was sind Dimensionen? In der Mathematik und Physik bezeichnet der Begriff Dimensionen die Anzahl der unabhängigen Richtungen oder Parameter, die mir nötigt werden, um ein Objekt oder einen Raum zu beschreiben. Je nach Kontext gibt es allerdings verschiedene Arten von Dimensionen. Raumdimensionen In der Geometrie bezieht sich die Raumdimensionen auf die Anzahl der unabhängigen Richtungen, die benötigt werden, um einen Punkt im Raum zu lokalisieren. Zum Beispiel hat ein Punkt in einem zweidimensionalen Raum zwei Raumdimensionen, während ein Punkt in einem dreidimensionalen Raum drei Raumdimensionen hat. Mathematisch können wir Räume mit praktisch unbegrenzten Dimensionen berechnen. Die Zeitdimensionen In der Physik wird Zeit oft als eine separate Dimension betrachtet, die verwendet wird, um Ereignisse in der Zeit zu ordnen und zu messen. In der Relativitätstheorie wird die Raumzeit sogar als eine vierdimensionale Struktur betrachtet. Die Krümmung der Raumzeit erzeugt dann die Gravitation. Abstrakte Dimensionen In mathematischen Kontexten kann der Begriff Dimensionen verwendet werden, um die Anzahl der unabhängigen Variablen oder Freiheitsgrade in einem mathematischen Objekt zu beschreiben. Spirituelle Dimensionen In der Esoterik wird der Begriff häufig verwendet, um beispielsweise die Sichtbare von der unsichtbaren Welt zu unterscheiden. Je nach dem eigenen Schwingungszustand können wir diese Welten dann wahrnehmen oder auch nicht sehen. Man spricht dann oft von feinstofflichen Dimensionen oder Feldern. Christina von Dreien behauptet beispielsweise, dass sie die Welt zehndimensional wahrnimmt. Der argentinische Schamane Matthias Estefano beschreibt in seinen Videos hingegen eine neundimensionale Welt. Eingerollte Dimensionen Die String-Theorie rechnet mit zusätzlichen Sechs-Dimensionen, die von uns allerdings nicht gemessen werden können, und stellt sich diese als eingerollt vor, um schwingende Fäden zu konstruieren. Kapitel 4 – Merkwürdige Phänomene Um ein Gefühl für das Thema Dimensionen zu bekommen, möchte ich hier ein paar merkwürdige Gegenstände vorstellen. Ein Möbius-Band ist eine spezielle Art von Fläche in der Geometrie, die nach dem deutschen Mathematiker August Möbius benannt ist. Es wurde einmal vor dem Zusammenkleben gedreht und hat dadurch einige seltsame Eigenschaften. Ein Möbius-Band hat nur eine Seite. Das bedeutet, dass wenn du mit deinem Finger entlang der Oberfläche des Bandes gehst, du irgendwann wieder an deinem Ausgangspunkt ankommst, jedoch auf der gegenüberliegenden Seite. Ein Möbius-Band hat nur eine Kante. Das bedeutet, dass es keine klare Trennung zwischen der Innenseite und der Außenseite des Bandes gibt. Stattdessen ist die Oberfläche ununterbrochen und verbindet sich an einem einzigen Punkt. Aufgrund seiner Einseitigkeit ist ein Möbius-Band nicht orientierbar, was bedeutet, dass es keine eindeutige obere oder untere Seite gibt. Wenn du einen Pfeil auf die Oberfläche des Bandes malst und entlang dieses Bandes folgst, wirst du feststellen, dass der Pfeil plötzlich auf die gegenüberliegende Seite zeigt. Ein anderes Beispiel. Die Kleinsche Flasche, die vom Mathematiker Felix Klein erfunden wurde. Sie entsteht durch die spiegelbildliche Anordnung zweier Möbius-Bänder. Damit schafft man einen Raum, der sich selbst durchdringt. Eine ähnliche Darstellung bekommen wir übrigens auch bei der Visualisierung eines Toruswirbels, der ein Universum ohne einen Urknall beschreiben könnte. Ein vierdimensionaler Würfel wird oft als Hüberwürfel oder Tesserakt bezeichnet. Es ist eine geometrische Figur, die in einer vierdimensionalen Raumzeit existiert. Ein Tesserakt kann um mehrere Achsen in der vierten Dimension gedreht werden und hat 16 Ecken, 32 Kanten, 24 quadratische Flächen und 8 kubische Zellen. Kapitel 5. Qualität und Quantität Grundsätzlich kann man Dimensionen als eine qualitative Kategorie definieren, die auch quantifizierbar ist. Doch was unterscheidet die Qualität von der Quantität? Die Bewertung der Qualität ist abhängig von demjenigen, der die Art oder die Eigenschaften eines Objekts oder Konzepts beschreibt. Dabei spielen auch subjektive Erfahrungen und natürlich auch Erwartungen eine Rolle. Nehmen wir mal einen Apfel in die Hand. Aus unserer Sicht wird dieser Apfel wahrscheinlich erst mal als Lebensmittel angesehen. Wir bewerten dann möglicherweise die Farbe, den Geruch und den Geschmack. Wir könnten ihn allerdings auch als den Apfel aus dem Paradies, also als verbotene Frucht ansehen. Natürlich könnten wir ihn auch als Samen eines Baumes oder als Anlass für Isaac Newton zur Entdeckung der Schwerkraft beschreiben. Schon ein einfacher Apfel kann durch viele subjektive und objektive Merkmale beschrieben werden. Wir können nie sicher sein, ob wir alle Merkmale erfasst haben. Möglicherweise besitzt sein Apfel auch Eigenschaften, die wir noch nicht kennen. Deshalb können wir das Wesen eines Apfels nicht ganzheitlich, sondern nur in von uns ausgewählten Teilen beschreiben. Wir bewerten oft, indem wir vergleichen. Dann erkennen wir leicht, ob wir einen Apfel oder vielleicht eine Birne in der Hand halten und vergleichen die Form, die Farbe, den Geruch und auch den Geschmack. Indem wir vergleichen, entwerten wir allerdings gleichzeitig andere Merkmale, die vielleicht gerade nicht im Vordergrund stehen oder auch nicht sofort erkennbar sind. Bei komplexen Wesen wie Menschen oder Tieren verwechseln wir oft das Wesen, die Erscheinung unserer Erfahrungen und unserer Erwartungen. Bewusst oder unbewusst nutzen wir dann vielleicht unsere Intuition, um ein Gefühl für das Wesen und dessen Potenzial zu bekommen. Dabei nutzen wir möglicherweise Informationen, die wir aus einer höheren Dimension beziehen, die uns einen ganzheitlichen Eindruck vermitteln kann. Ein anderes Gefühl scheint auch nicht von dieser Raumzeitwelt zu sein. Wir können dies bedingungslose Liebe nennen. Dann nehmen wir das Wesen eines Menschen ganzheitlich wahr und bekommen sogar ein Gefühl für das Entwicklungspotenzial. Kapitel 6. Mathematische Entdeckung von Dimensionen Viele Wissenschaftler bzw. Wissenschaftlerinnen haben sich mit mehr als vier Dimensionen beschäftigt, da viele mathematische Konzepte und Theorien in höherdimensionalen Räumen verallgemeinert werden können. Ein paar Beispiele. August Möbius gilt als Pionier der Topologie, also der Lehre von der Lage und Anordnung geometrischer Gebilde im Raum. Auf ihn geht das erwähnte Möbius-Band zurück. Bernhard Riemann hat nicht nur bedeutende Beiträge zur Differenzialgeometrie geleistet. Seine Arbeit legte den Grundstein für die Untersuchung von mehrdimensionalen Räumen. Er erkannte, dass physikalische Kräfte wie die Gravitation durch geometrische Veränderungen in einer höheren Dimension erklärt werden können. Dies war übrigens ein Grund, warum Einstein das Konzept einer vierdimensionalen Raumzeit entwickeln konnte. Theodor Kallusa und Felix Klein konnten mit der Einführung einer fünfdimensionalen Feldtheorie die Gravitation mit der Maxwellschen Elektrodynamik vereinen. Hermann Minkowski hat wichtige Beiträge zur Geometrie und zur speziellen Relativitätstheorie geleistet, indem er den Raum mit der Zeit verbunden hat. John von Neumann hat die Quantenmechanik mitentwickelt. Seine Arbeiten beinhalten Konzepte in höherdimensionalen Vektorräumen. David Bohm vermutete hinter unserer realen Welt eine implizite Ordnung, wie er das genannt hat, in der materielle und geistige Prozesse eine Einheit bilden und hat vorgeschlagen, unsere Welt als multidimensional zu begreifen. Kohl Föri von der Humboldt-Universität Berlin sieht eine Verbindung zwischen den Oktaven der Musik und den Elementarteilchen. Die kanadische Physikerin geht davon aus, dass mit den achtdimensionalen Octonionen, die im deutschen Oktaven heißen, das Standardmodell der Elementarteilchen erklärt werden kann. Kapitel 7 Hinweise auf höhere Dimensionen Obwohl die Existenz höherer Dimensionen experimentell schwer nachzuweisen ist, liefern bestimmte Phänomene indirekte Hinweise auf solche Dimensionen. Diese möchte ich hier kurz beschreiben. Gravitation Die Gravitation kann man am besten durch Einsteins allgemeine Relativitätstheorie beschreiben und wird dort durch die Krümmung der vierdimensionen Raumzeit dargestellt. Dieses Modell hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen und konnte viele beobachtete Phänomene in unserem Universum erklären, von der Bewegung der Planeten bis hin zur Ablenkung von Lichtstrahlen durch massive Objekte. Eine höhere Dimension können wir uns allerdings nicht vorstellen. Bernhard Riemann hat aber eine einfache Methode angewandt, damit wir die Auswirkungen höherer Dimensionen besser verstehen. Dabei ist er von einem Strichmännchen ausgegangen, das sich über eine zweidimensionale Ebene, also ein Blatt, bewegt. Er hat sich dann gefragt, wie dieses Männchen ein zerknittertes dreidimensionales Blatt wahrnehmen würde, wenn es die dritte Dimension nicht sehen kann. Das Männchen würde diese geometrische Veränderung als Kraft wahrnehmen. Wenn es den Berg hoch gehen würde, würde die Anstrengung steigen und ins Tal würde es leichter werden. Dieses Wesen kann zwar die höhere Dimension nicht sehen, aber fühlen. Dunkle Energie In einigen kosmologischen Modellen könnte die sogenannte dunkle Energie, die die beschleunigte Expansion des Universums antreibt, auch ein Hinweis auf höhere Dimensionen sein. Die Existenz von zusätzlichen Dimensionen könnte die Geometrie des Raumes und der Raumzeit auf eine Weise beeinflussen, die zur beschleunigten Ausdehnung beiträgt. Symmetrien Die Symmetrien in den physikalischen Gesetzen können darauf hindeuten, dass die Natur in höheren Dimensionen organisiert ist. Symmetrien in den physikalischen Gesetzen wie beispielsweise die Lorenz-Invarianz spiegeln grundlegende Prinzipien wider, nach denen die Natur organisiert ist. Schwarze Löcher In einigen Szenarien werden schwarze Löcher als Objekte betrachtet, die sich in höher dimensionalen Raumzeiten bilden können. Die Existenz zusätzlicher Dimensionen könnte die Randbedingungen für schwarze Löcher verändern und neue Möglichkeiten für die Freisetzung von Gravitationswellen bieten. Die große Frage ist immer noch, was mit den eingesaugten Objekten, dem Licht und der Information nach dem sogenannten Ereignishorizont tatsächlich passiert. möglich ist es auch, dass schwarze Löcher über sogenannte Wurmlöcher verschränkt sind. Davon gehen Quantenphysiker wie Johann Maldacena aus. Solche Gebilde konnten sogar die Ursache der Raumzeit erklären. Möglicherweise sehen wir nur einen Teil eines Torus-Gebildes, das in der fünften Dimension als schwarzes und weißes Loch beschrieben werden könnte. String-Theorie Die String-Theorie ist ein physikalisches, mathematisches Modell, das die fundamentalen Bausteine in der Natur als winzige, schwingende Strings beschreibt, anstatt als punktförmige Teilchen. In der String-Theorie werden die zusätzlichen Dimensionen oft durch winzige, kompakte Raumstrukturen namens Kalabi-Jau-Mannigfaltigkeiten modelliert. Diese wären praktisch unsichtbar und könnten auch nicht gemessen werden. Verschränkung In der Quantenmechanik ist Verschränkung ein Phänomen, bei dem zwei oder mehr quantenmechanische Systeme auf eine Weise miteinander verbunden sind, die durch klassische Mechanismen nicht erklärt werden kann. Aus der Verschränkung könnte theoretisch auch die Zeit entstehen und sogar Verbindungen zwischen verschiedenen Regionen der Raumzeit. Der Tunneleffekt Nach den Gesetzen der Quantenmechanik können Teilchen Hindernisse durchtunneln, wie man so sagt. In vielen Experimenten hat man diesen Effekt nachgewiesen. Teilweise geht man sogar von Geschwindigkeiten oberhalb der Lichtgeschwindigkeit aus. Zyklische Zeitmodelle In einigen kosmologischen Modellen wie dem zyklischen Universum oder dem Konzept der Zeitzyklen wird angenommen, dass die Zeit nicht nur eine lineare Entwicklung hat, sondern durch wiederkehrende zyklische Prozesse charakterisiert wird. Diese zyklischen Modelle könnten durch höherdimensionale Strukturen unterstützt werden, die verschiedene Zeitaspekte miteinander verknüpfen. Kapitel 8 Theoretiker höherer Dimensionen Albert Einstein konnte schon mit seiner vierdimensionalen Relativitätstheorie zeigen, wie sich kosmische Phänomene wie die Ablenkung des Lichts und die schwarzen Löcher erklären lassen und wie die Gravitation wirkt. Kalusa und Klein konnten mit der Einführung einer fünften Dimension die Relativitätstheorie mit der Elektrodynamik verknüpfen. Theoretische Physiker haben deshalb auch mathematisch überprüft, was passieren würde, wenn man noch mehr Dimensionen einbezieht. Theoretisch wären dann wohl alle bekannten physikalischen Kräfte, Teilchen und Naturkonstanten in einem vereinheitlichten Modell darstellbar. Der Physiker Burkhard Heim hat wie der theoretische Physiker Roger Penrose eine sechstimensionale Theorie entwickelt, nach der auch der Mensch sechstimensional zu beschreiben wäre und das Universum sich aus seiner einfachen Raumzelle entwickelt hätte. Seine Massenformeln zu den Elementalteilchen hat übrigens das Desi Hamburg überprüft und die Richtigkeit bestätigt. Es soll auch die Naturkonstanten mit seinem Modell erklärt haben. Ausgangspunkt waren die drei Raumdimensionen, die den Ort durch Messung von Längen beschreiben und die Zeitdimension, die die Bewegung ermöglicht und die Dauer misst. Heim hat zusätzlich noch die fünfte Dimension mit dem Begriff Entellichie eingeführt. Gemessen werden sollte dies als Strukturkoordinate. Im Unterschied zur Entropie als Maß der Unordnung hat er also ein Maß für die Ordnung eingeführt und die Ähnlichkeit mathematisiert. Die sechste Dimension hat er etwas missverständlich als Äon bezeichnet. Diese Dimension soll durch eine Zieldynamik gemessen werden können. Bis heute ist die Theorie von Heim noch wenig überprüft worden. Das hat sicher damit zu tun, dass er Qualitäten wie Form und Gestalt und die Entwicklungsziele mit schwierigen mathematischen Formeln qualifizierbar gemacht hat. Außerdem setzt er damit Informationsprozesse voraus, die eher geistiger Natur sind. Damit hat er einen Bereich jenseits von Raum und Zeit beschrieben und geistige Begriffe wie Ideen und Absichten in die Welt der Physik eingeführt. Doch den Geist wollte die Physik gerade im Zusammenhang mit der sogenannten Aufklärung aus unserem Weltbild vertreiben. Es gibt auch noch ein anderes sechstimensionales Modell von unserer Welt, das ich nicht unerwähnt lassen möchte. Der theoretische Physiker Libby hat hat ein reziprokes System zwischen dem dreidimensionalen Raum und einer dreidimensionalen Zeit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unterstellt. In der sichtbaren Welt war es der Zeitfall in die Zukunft, in der unsichtbaren Welt allerdings in die Vergangenheit. Diese beiden Welten sind nicht getrennt, sondern durchdringen sich wie in einem Torus gegenseitig. Dadurch entsteht ein fraktal holographisches in sich vernetztes Universum. Das Ganze spiegelt sich in allen Teilen wieder. Wir haben dann ein pulsierendes System von Kontraktion und Expansion. Die Dichte der Zeit würde sich entsprechend ändern. Dieses Modell würde vielleicht am besten zu den spirituellen Erfahrungen der Menschheit passen und auch viele paranormale Phänomene erklären können. Das würde allerdings auch erklären, warum wir die Antimaterie mit dem rückwärtigen Zeitfall nicht messen können, obwohl sie nach der Quantenphysik gleichzeitig mit unserer Welt entstanden sein muss. Die Fixierung der Physik auf Materieteilchen, physikalische Kräfte und eine eindimensionale Zeit scheint der wahre Grund dafür zu sein, dass unser wissenschaftliches Weltbild so viele Lücken hat. Die Naturwissenschaften halten bislang an der Vorstellung fest, dass alles mit Zufällen erklärt werden kann und schließen ordnende Kräfte wie gezielte Informationen aus. Dabei ist nicht zu übersehen, dass es eine Gegenkraft zur Entropie gibt, die immer komplexere Formen und das Leben erzeugt und nicht mit der Gravitationskraft erklärt werden kann. Unsere Welt wird bestimmt durch Energie, Zeit und Information. Höhere Dimensionen könnten die Kräfte erklären, die wir hier messen können. Damit könnten wir möglicherweise auch erklären, welchen Sinn diese Welt hat und was das für unsere eigene Rolle bedeutet. Kapitel 9 Was könnten wir aus der fünften Dimension tun? Wir können uns dies eigentlich nicht vorstellen, aber ahnen, wenn wir unsere Dimensionen fortschreiben. Wir könnten nämlich durch Wände gehen, plötzlich irgendwo auftauchen und verschwinden und in einen Gegenstand hineingreifen, ohne ihn zu öffnen. Nach dem Physiker Michio Kaku hätten wir damit Zitat gottähnliche Fähigkeiten. Viele paranormale Fähigkeiten könnten also erklärt werden, wenn man eine höhere Dimension annimmt. Möglicherweise können wir uns dann auch erklären, warum beobachtete UFOs manchmal plötzlich verschwinden. Besser vorstellen können wir uns diese Dimensionsphänomene, wenn wir uns in eine zweidimensionale Welt hinein versetzen würden. Schon 1884 hat Edwin Abbott in seinem Roman Flatland diese bizarre Welt aus der Sicht eines Quadrats beschrieben und gezeigt, dass wir Zitat Sklaven unserer dimensionsbedingten Vorurteile sind. Das zweidimensionale Wesen trifft dann auf eine Kugel aus der dritten Dimension und sieht natürlich nur einen Kreis, dessen Durchmesser sich je nach Schnittpunkt verändert. Das Quadrat lernt, was die Kugel alles in seiner zweidimensionalen Welt an Wunder vollbringen kann. Mein Fazit Es gibt viele Hinweise auf mehr als vier Dimensionen. Damit könnten wir nicht nur die physikalisch messbaren Kräfte und die Elementarteilchen aus dem Standardmodell erklären, sondern wahrscheinlich auch Kenntnisse über die wirkliche Natur und den Zweck unserer Welt bekommen. Es sieht danach aus, als wenn die moderne Physik und Mathematik auch uralte spirituelle Erfahrungen verifiziert, indem ein mehrdimensionales und holographisches Universum beschrieben wird. Dabei scheint der Schwingungszustand der Materie auch die damit verbundenen Eigenschaften zu erklären. Wenn dann die Naturwissenschaften auch erkennen würden, das geistige Wesen wie wir auch besser mit höheren Dimensionen beschrieben werden könnten, dann hätten wir vielleicht auch bessere Erklärungen für Begriffe wie Unterbewusstsein, Intuition, paranormale Fähigkeiten, Liebe, Wiedergeburt und spirituelles Bewusstsein. Vielen Dank fürs Zuschauen.